Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video richtig olympische spiele tokyo 2020 wir machen jetzt mal ja ich spiele gegen eine KI ich suche mir jetzt mal den Modus 1 vs 1 mix Disziplin 4 aus da ist Boxen Tischtennis einzeln Tischtennis Tennis einzeln Tennis einzeln und Sport klettern ich würde sagen das machen wir für das Video gucken wie lange es dauert und bald los geht's Ja ich fand das ist eine gute Idee und wir fangen natürlich an mit Boxen das kann ich einigermaßen ja ja okay okay das hatte ich vorher gar nicht wo ich online gespielt habe beim ersten Video aber okay ich probiere es mal so man konnte noch mal Infos holen das ist die KI Portugal nein nein die KI nicht ja der Stern von den Neapel und los geht's okay 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 hiermit Boxen um ihn rum los los rum rum schlagen schlagen ich vergesse halt zu schlagen ich bin manchmal alt okay gegen die KI ist es einfach weil die spiel noch auf gleich äh ich dachte ich habe einen Spezialschlag ne habe ich nicht okay cool also ich mache jetzt gerade meine Erfahrungswerte gegen die KI und das ist auf jeden Fall sehr viel einfacher gerade als gegen echten Spieler was soll ich sagen bis jetzt sieht es gut aus okay er steht wieder auf Portugal ist wieder da ich mache einfach nur als ein paar ich wollte gerade sagen ich drücke doch als die beiden Knöpfe ich drücke doch als die beiden Knöpfe endlich habe ich einen Kinderhaken gesetzt ja er geht zu Boden bleib liegen alter du kriegst noch mal einen auf dem Deckel bleib liegen äh steht schon wieder auf na er steht nicht auf das war's doch er hat es geschafft oh okay kein Problem kein Problem ey ich will wieder drauf hauen die Runde ist zu Ende habe ich gesagt hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal OVP Glück oder Können ich habe nicht mal geblockt ja ich vergesse als dass ich mit dem Sticks schlagen muss und deswegen mache ich ein paar Fehler aber warte ich wollte mein Spezialschlag einsetzen hallo aber ich übe jetzt ein bisschen erst mal gegen die KIs und dann mache ich wieder online spiele das klingt jetzt nach schummeln aber ja okay es ist schummeln ich finde aber cool es macht mir Spaß ich hoffe euch auch und sonst er steht schon wieder auf na endlich da muss man viermal hintereinander denselbe Aktion drücken damit er es macht wie das geil aus alter voll weggeschmettert ist ein cooles Spiel da haben sie wirklich was nettes gemacht macht auf jeden Fall Fun er steht alles wieder auf er kippst doch nicht ey da hauen wir ihm nochmal drauf ach ich glaube er bleibt am Boden er ist schon wieder aufgestanden bleib doch mal unten Junge tu dir doch einfach den Gefallen und bleib liegen oh okay das war ein guter Schlag äh war es das schon? ich habe einen Gegenschlag gemacht ich bin noch voll im reden drin Runde Nummer 3 ja und schön von unten ich habe nämlich noch keine Ahnung wie die Kombination ist aber ja ich glaube ich kriege es ganz mal raus also sagen wir so es läuft gefühlt gerade viel besser als mein erstes in meinem ersten Video wo ich gegen einen echten Gegner gespielt habe und ich freue mich dann auch mal wieder online zu spielen alter Schwede bleibt doch mal liegen Junge bleib unten er ist hartwäckig ah jetzt ging es schneller okay und aus dem Ring nein jetzt bleib doch mal liegen Junge das wird doch langsam langweilig ja es geht wirklich um 3 Runden ne 8 9 10 aus aus er ist raus Opel gewinnt hey yo Runde 3 2 Minuten und 18 sehr schön Kleines hast du super gemacht ich bin stolz auf dich hey okay wir spielen jetzt Tischtennis zweite Runde mal gucken ob wir diesmal besser sind das haben wir noch nie gemacht ja ich weiß aber hey Boxen sah gut aus ich glaube ich traue mich beim nächsten Video mal wieder online gegen echte Spieler denke ich mal immer noch Portugal wir spielen die ganze Zeit gegen Portugal immer noch die Spinne ich spinne doch man oder ich glaube ich spinne der aufschrebende Stern warum den nicht der aufschrebende Stern ich hab keine Ahnung okay okay äh ah okay nein ah ich will immer automatisch ich will immer automatisch zum schlagen oder so schießen drücken man soll über den Alter ich lerne das nicht nein wuhu nein oh mein Gott ich kriege so auf die Schnauze aber ist so gut ich will immer automatisch schießen drücken nein ich war zu weit weg okay ich glaube ein Tischtennis und Tennis würde mich richtig zersägen und zerlegen aber es verdient Mann nein ich bin schon wieder zu weit weg ich glaube ich sollte mehr mittelig stehen bleiben ich weiß nicht ja sieht gut aus nein ich hab vergessen zu schlagen scheiße eigentlich total easy aber ja ja mein erster Punkt ja okay 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 und und ja Punkt Nummer 2 okay äh mir gefällt das Spiel wirklich richtig gut also ja ich mach KI fertig so geht das ich komme langsam das war jetzt verkehrt oh oh nein okay das war extrem gut ja nicht gut ja 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 das finde ich nicht so ruhig wenn ich bin konzentriert ja 4 zu 6 kriege ich ihn noch kriege ich ihn noch nein und 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 nein Scheiße das war nicht gut ich hab verloren scheiße nein ich bin gleich wieder dritte runde tennis einzeln mal gucken ob ich diesmal auch verlieren aber es war knapp aber zwischen jetzt hat mir richtig fun gemacht war cool okay ich werde auf jeden fall beim nächsten mal wieder online spielen und mich gegen echte spieler behaupten weil hier habe ich ein bisschen was gelernt ich werde noch privat machen andere disziplinen für mich spielen erforschen erkunden und jetzt wieder portugal die spinne ich binne doch mal dann noch mal und ich bin doch die spinner den aufstrebenden stern ist das dramatisch richtig ich würde sagen der aufstrebende stern oder von der stern ok 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 ja ok schön ist dass man sieht wo der ball landet dass hilflogen weiter auch wenn ich so blöd bin und immer wieder oh nein und immer wieder in seine richtung spiele wollte ich sagen und dann habe ich ihn versemmelt ich bin auch in echt nicht gut im tennis und so Tischtennis schon eher, aber nicht Tennis. Nein, nein. Oh. Ja. Ich würde ja ein bisschen wissen, ob ich den Schlag noch beeinflussen kann. Ja, sieht gut aus bis jetzt. Ja, ein sehr schönes und sauberes Spiel. Nein, 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 nein. Uh, uh, uh. Nein, daneben. Ah. Okay, verdient für den Gegner. Verdient. Ohne Scheiße. Oh mein Gott. Ja, komm her. Nein, nein, nein. Ah. Was habe ich da gemacht? Scheiße. Hilfe. Das war nicht gut. Das war scheiße. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal einen Punkt geholt. Verdammt. Ich werde den Ball gerne so ein bisschen anders spielen. Aber, ah, nein, nein. Oh. Nein. Verdient. Verdient. War auf Scheiße von mir. Nein. Haha. Ja. 40, 40. Schaffe ich es noch? Einen Punkt zu holen? Oh, nein. Nein, nein. Oh. Ja, und... Ach, allerdings. Nein. Falsche Richtung. Ah, nein. Oh ja, ich habe noch. Ja. Punkt. 1 zu 1. 1 zu 1. Ja. Ja. Spielball. Äh, nee, doch nicht? Hä? Dachte ich, ich habe einen Punkt. Mhm. Spielball. Mhm. Ja, sehr schön. Oh, oh. Ja, super, 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 super. Ja, und? Ja. Wow. So geht das. Ich habe es langsam kapiert. Ganz langsam. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh. Ah. Ich habe es kapiert. Ja. Okay. Nein. Oh, Mann. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich bin blöd. Okay, okay, okay. Los geht's. Oh, ho, 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 ho ab 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 gewonnen habe ich es komplett gewonnen habe ich es geschafft endlich bitte nein 3 zu 1 letzte runde sport klettern tennis hat aber extrem lang gedauert aber am ende habe ich doch gewonnen dass das hätte ich nie gedacht weiter geht's die spinne okay ich habe jetzt bei der info mit dem klettern so gut wie gar nichts verstanden aber okay kein problem der aufschwebende stern von der neapel meine kleine ist die beste alter tennis komplett gewonnen aber es hat lange gedauert fertig los also weil ich lossehe muss l oder er drücken und sonst habe ich nichts verstanden so ok 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 ich habe es nämlich nicht ganz kapiert aber ok ich glaube hier ist nicht 100 prozent aber ja ich muss irgendwie in die richtung gucken ja ok ich habe es natürlich verloren aber ich glaube hier soll nicht ich habe es irgendwie gar nicht kapiert aber ich habe zu recht das verloren gerade ich freue mich ich habe verloren ich habe neuen rekord ich glaube mein erster rekord oder ich weiß es nicht jetzt haben wir geschafft super niederlage opel 83 germany insgesamt was haben wir gewonnen also ich habe zehn siege er zehn siege nach punkten was ich habe zwei gold er zwei gold ich habe zwei silber er zwei silber na toll wir haben beide gewonnen jetzt sehe ich das richtig wir haben beide gewonnen bei der erste ich gegen den bot also ki ok beim nächsten mal verspreche ich da gibt es ein video gegen online spieler ich habe jetzt ein bisschen was gelernt dankbar zu sehen ich wünsche einen schönen tag einen guten morgen in einem noch besten Abend ich bin mit raus grüüss ursprünglich ursprünglich ut ursprünglich ich bin creepier